Servus alle, nachdem wir die letzten beiden Tage verloren haben, haben wir es heute in der eigenen Hand und wenn ich jetzt gut performe, dann holen wir heute auf jeden Fall den ersten Win. Da ich den ganzen Nachmittag im übelsten ASL-Grind war, wozu übrigens noch ein Video kommt, habe ich es leider nicht geschafft Basen zu klemmen und dementsprechend habe ich die letzten drei Müllbasen bekommen, die halt sonst niemand wollte. Wir versuchen aber trotzdem was einigermaßen Kreatives drauf zu machen und dementsprechend spiele ich den Wardenwalk hier von 3 Uhr und versuche den Feuerball hier auf die Bauhütte zu klatschen, werfe dann drei Erdbeben hier über dieses komplette Rathaus Zeugs drumherum und schieße einen Pfeil einmal durchs Rathaus durch, damit haben wir auf jeden Fall, denke ich, den ganz satisfying Plan fürs Rathaus. Ansonsten, hier auf 9 Uhr sollte ein Flamelflinger alles holen, auf der Queen sind zusätzlich noch die Heiler drauf, also Healer Puppet und zusammen mit dem King sollte ich da dann in Richtung Zentrum laufen können, der Wächter kommt auch von 3 Uhr mit dazu und da oben müsste ich dann noch die Gladi mit dazu setzen, beziehungsweise extremst viele Rocket Loons und dann sollte das schon irgendwie hinlaufen. So dann geht's rein in den ersten Hit, bitte blame mich heute nicht, wenn irgendwas schief geht, ähm, weil also ich hab heute wirklich, ich hab einen Run hinter mir, den ESL Run, der war sowas von anstrengend, gegen ein Top Team nach dem anderen und dementsprechend sind die Pläne sowohl nicht komplett krass zu Ende geplant, als auch die Angriffe könnten wahrscheinlich jetzt ein bisschen krachen, aber ich geb mein Bestes und dann schauen wir, dass wir dann einigermaßen ein gutes Video hinbekommen. So, jetzt, oh, what the heck? Oh mein Gott, das könnte jetzt schon ein bisschen krachen. Okay, der Wächter holt noch das Rathaus, ist okay. Ist okay. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass der dumme Wächter erst auf den einen X-Bow geht und damit war der erste Panik-Modus des Tages auf jeden Fall schon mal aktiv. Ähm, keine Ahnung, ich hab's gar nicht gecheckt, um ehrlich zu sein. Den Endos wollte ich eigentlich nicht unbedingt einsetzen, aber ist okay soweit. Ja, einen Erdbeeren hab ich auch noch, okay. Ich würd sagen, ich spiel einfach da die Gladdy mit rein und dann schauen wir, dass wir die Queenen und die Heiler mit am Leben halten. Aber das ist schon echt alles andere als optimal gerade. Queenen heilen wir dagegen, dann sollte die weiter die Schüsse aushalten. Die Headhunter helfen hier gut mit. Okay, der Wammanty wurde jetzt rausgesnappt. Aber der Wächter sollte eigentlich trotzdem irgendwie am Leben bleiben, oder? Gladdy können wir dann zünden. Oh mein Gott, das ist ein schlechter erster Hit. Ähm, können wir den irgendwie noch durchkriegen? I mean, die CC geht jetzt erst auf, das ist einigermaßen gut. Und der Wächter bleibt auch am Leben. Ähm, ey, das ist hier ein einziger irgendwie den Hit retten Versuch. Aber das sollte eigentlich klappen. Also Baby Dragon hier nochmal mit dazu und dann spammen wir einfach die ganzen restlichen sieben Rocket Loons hier in Richtung Luftabwehr. Die sollten dann auch den Multi-Bogey-Turm holen. Und ja, äh, we're the base, we're the hit. Aber, äh, wir nehmen's mit. Heute ist einfach nur wichtig, dass wir mit möglichst vielen verschiedenen Strategien, äh, möglichst viele Sterne mitnehmen und damit den ersten Win nach Hause holen. So, und was wäre denn Weini in der CWL, wenn er nicht irgendwelche Strategien da zum ersten Mal spielen würde, wie an Tag 1 die 8 Minivächter. Und heute spiele ich Warden Walk Lalo, also sowas ähnliches wie gerade eben. Nur, dass ich mit Angry Jelly hier in Richtung Monowalken will und dann einmal hier meinen Feuerball draufwerfen will. Den Flamefinger lasse ich hier in Richtung Scattershot fahren. Das ist natürlich ein bisschen viel gewollt, aber mit der Zeit sollte das eigentlich einigermaßen rauskriegen. Ansonsten gehe ich mit der Queen und mit dem King hier in Richtung Rathaus. Habe Mauerbrecher mit dabei, also das sollte eigentlich vom Ding her ganz gut passen. Und dann würde ich mit dem Lalo hier von 12 starten. Da ist die Gladdy noch mit am Start, das heißt die Gegner-Gladdy sollte kein großes Problem werden, auch wenn wir selber keine rechte Ability mehr haben. Und der eigene Wächter, der sollte dann eigentlich hier weiter nach links ziehen. Das da unten dann einigermaßen clearn, beziehungsweise alles sollte dann da auf 9 Uhr finishen. Ja, ich kann die Strat noch nicht so gut einschätzen, aber wir finden es gleich raus. Let's go! Okay, dann gehen wir rein. Den Yeti brauchen wir, glaube ich, nicht, um den Minenwerfer zu tanken. Dann habe ich einfach mal als Backup Yeti mit dabei. Vielleicht wieder hinten raus, irgendwo sinnvoll. Ich habe keine Ahnung, wie man die Strategie am besten spielt. Dementsprechend probieren. Geht über studieren und dann schauen wir mal, was wird. Erste offensive Rage, weil wir haben auch ein bisschen Schaden auf unseren Wächter drauf. Und der nimmt den Minenwerfer jetzt perfekt mit, so muss das sein. Okay, Feuerball ist nahezu perfekt. Ah, passt. Ist okay. Der Worn zieht nach 9 Uhr, genau so wollen wir es haben. Ansonsten sollte hier der Funnel eigentlich ganz gut aussehen. Hier ein Babydrache mit dazu. Können wir hier mit dem King starten. Ah, ich hatte zwischendurch überlegt, ob ich nicht sogar ein bisschen Tank mitnehme für meine Helden. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Das wäre eine Option gewesen, tatsächlich. Aber ja. Man muss ja nicht immer alles haben, ne? Ansonsten spielen wir den Yeti jetzt einfach mal hier um. Oh, alle Headhunter dazu spielen waren nicht die smarteste Entscheidung, aber ist okay. Hier unterstützen wir mal kurz unsere Superlarkies. Die machen dann nämlich einen sehr, sehr guten Job, wenn die hier einen Freeze bekommen. Wir kriegen noch einen Freeze. Bitte. Ich hoffe, ich habe die Dinger nicht gejinxed. Ansonsten macht der Wächter einen optimalen Job. Und langsam frage ich mich, warum ich den Lalo mit dabei habe. Äh. Ja. Ich kann es euch nicht sagen. Hallo. Ich will das Rathaus scannen. Das Rathaus wäre super. Aber ja. Ich frage mich tatsächlich, warum wir den Lalo mit dabei haben. Weil den Swagge ich dann auch einfach. Oder? Ah! Fail ich, wenn ich den Swagge? Sehr schlecht. Eigentlich nicht, oder? Ich meine, was habe ich drauf auf meiner Gladi? Ich glaube, Haste, weil mit Hawk Puppet. Also das sollte eigentlich kein Stress sein. I mean, die Luckies kann ich ein bisschen als Cleanup setzen. Und dann zünden wir einfach mal die Gladi. Und dann sollte das völlig fein sein. Und ich hier noch ein paar Zauberes weg. Oh ja, nicht zauber. Ein paar Truppen. Da oben haben wir noch zwei Gebäude. Aber gut. Ja, super Lalo. Tut mir leid. Zum Schluss habe ich überlegt, ob ich nochmal was Kompletteres kann. Allerdings wäre da One-Star recht wahrscheinlich gewesen. Ich würde so sagen, 50-50, One-Star oder Triple. Und das war mir dann doch ein bisschen too much. Und dementsprechend spiele ich da jetzt nochmal, oder was heißt nochmal, eigentlich zum ersten Mal einen neuen Highlight-Chart. Und zwar möchte ich den Feuerball hier auf den Adler werfen, damit ich auf jeden Fall dieses ganze Rage-Setup bekomme. Ansonsten von Anfang an den Flame-Flinger, den ich in etwa hier setze, für beide Querschläger-Kanonen. Danach würde ich einfach entspannt hier ins Rathaus reinsteppen, den King einfach zum Gegenfunnel nutzen. Und die Gladi können wir dann noch oben auf 12 oder halt, wo wir sie brauchen, mit dazu setzen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, nageln wir den dritten Triple fest. Let's go. So, mit O. Dann würde ich sagen, wir können eigentlich direkt mit dem Wächter hier starten. Highlight direkt mit dazu. Ansonsten hier einen Yeti und den Flame-Flinger. Ich würde sagen, auch direkt einen offensiven Rage. Hearthunter mit dazu für den King. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Flame-Flinger sollte soweit auch seinen Job machen. Na, wir werden noch ein bisschen ärgerlich, wenn der Wächter jetzt zur Querschläger-Kanone läuft. Ich glaube, das macht er aber auch. Oder? Geh bitte erst zum Adler, das wäre echt cool von dir. Oder geh hoch. Auch okay. Wir nehmen uns einfach die Zeit. Der Flame-Flinger macht in der Zwischenzeit seinen Job. Das passt. So, der Feuerball sollte dann ganz gut funktionieren. Perfekt. Okay. Und dann kann es losgehen. Warden ragen wir zur Sicherheit mal nochmal. Und hier oben machen wir ein bisschen was weg. Hm. Der Warden kassiert tatsächlich mehr, als ich dachte. Dass die Queen in den Channel reinläuft, ist jetzt auch nicht ganz optimal. Sollte so aber dann noch fein sein. Dann würde ich aber sagen, dass wir den King auch eher da oben rein spielen. Während das machen die Super-Minions einen ganz guten Job. Die Super-Minions sind wirklich Game-Changer. Also wenn ihr wichtige Hits habt mit neuen Highlight-Charges. Natürlich, ihr müsst immer ein bisschen schauen, wo der Flame-Flinger ungefähr aufgehen wird. Aber meistens sind Super-Minions die richtige Wahl. Also ich glaube, ein einziges Mal hätte ich in einem Match gesagt, jo. Ähm. Oh, meine Queen-Chimp, ne? Ich glaube, ein einziges Mal hätte ich in einem Match gesagt, Äh, Yetis wären in dem Fall jetzt geiler gewesen. Aber da lief halt der Hit an sich schief. Äh. Und dementsprechend ist der Flame-Flinger viel zu früh aufgegangen. Und da wären dann Yetis einfach nicer gewesen. Ähm. Aber. Joa. Overall, denke ich. Ganz entspannter CWL-Tag. Natürlich, es waren jetzt nicht die allergeilsten Baysen. Dementsprechend. Aber auch. Joa. Drei Easy Triple, würde ich sagen. Und dann brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr warten, was die Gegner machen. Denn. Das Ding haben wir auf jeden Fall gewonnen. Und damit haben wir endlich unseren ersten Win in der CWL. 42 Sterne geht doch, nachdem wir die letzten beiden Tage so schlecht performt haben. Aber gut. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns am Morgen an Tag 4 wieder.